oder zumindest zu deaktivieren. Das Ganze kommt im praktischen Monats-Abo. Es funktioniert aber natürlich nur so lange, bis die Datenhändler mehr Geld damit machen, ihre Daten wieder zu löschen, als diese weiterzugeben. Am Ende kaufen sie also über eine Art Schutzgeld einen Teil ihrer eigenen Daten wieder zurück. Cool, oder? Soweit mal ein kleiner Blick in ein westliches, modernes Land ohne Datenschutz. Nun haben wir aber noch nicht von den Daten der Schulen, Universitäten, Krankenkassen, Versicherungen, Airlines, Telekoms, Strom- und Gasversorgern, Internetfirmen, den Bundesbehörden inklusive der Geheimdienste und hunderten anderen Sektoren geredet. Sie sehen also, die Liste an Datensammlern und Überwachern ist praktisch endlos. Ich hatte das Glück, dieses System von innen zu erleben. Ein System, in dem fast alles quantifizierbar, messbar und analysierbar und nur wenig wirklich privat ist. Obwohl mich vieles mit den USA verbindet und wir in vielen Bereichen voneinander lernen können, sind diese Auswüchse der Überwachung und Datifizierung sicherlich in keiner Weise als Vorbild für eine freie, lebenswerte Gesellschaft unter Achtung der Menschenwürde geeignet. Meine US-Freunde scheinen mir oft getrieben von Daten, Rankings und Zahlen. Sie müssen permanent aufpassen, was sie wie und wo machen. Die permanente Datenerfassung hat das Potenzial, ihre Konsummöglichkeiten, Jobmöglichkeiten und ihre gesellschaftliche Stellung einzuschränken. Das ist nicht permanent offensichtlich, schwingt aber oft im täglichen Leben mit. Regelmäßig taucht diese Angst auch ganz offensichtlich aus dem Hintergrund auf. Natürlich hängt all das auch stark mit einem Wirtschaftssystem zusammen, in dem vieles deutlich stärker kommerzialisiert und berechenbar ist. Die Gesellschaft reagiert auf die Überwachung.